Verkaufen als introvertierter Mensch, also als eher zurückhaltender Mensch an der Haustür, stellen sich viele als absolutes Problem dar. Und das ist es auch, wenn du folgendes nicht beherrschst. Grundlegend ist ja so der normale Verkäufertyp eher so der Extrovertierte, der aktiv auf Menschen zugehen kann, der gerne auf Partys ist, der gerne unter Menschen ist, der gerne mit Menschen wirklich richtig gut klarkommen, der gewinnt meistens Energie aus zwischenmännlichen Beziehungen. Dem saugt das auch nicht so viel Energie, wenn er den ganzen Tag an der Haustür verkauft oder allgemeinen Verkaufsgespräche führt, sondern der ist da voll in seinem Element. Und auch die meisten Verkäufer sind nicht unbedingt introvertierte Leute. Die meisten sind tendenziell mehr extrovertiert und gehen schon mehr auf Leute zu. Dennoch gibt es immer wieder Leute im Do-to-Do-Vertrieb, die komplett introvertiert sind. Und auch wir hatten Mitarbeiter, die super introvertiert im Privaten gewesen sind, aber an der Tür total gut performt haben, nachdem wir sie ausgebildet haben. Das Problem als Introvertierter ist ja, in erster Linie auch, dass du mit der Ablehnung an der Tür nicht sonderlich gut klarkommst und die auch sehr, sehr stark meistens persönlich nimmst. Und das tut sehr weh für jemanden, der sehr introvertiert ist, der sowieso nicht so wirklich auf Menschen zugehen mag, der jetzt an der Haustür bei fremden Menschen Kaltakquise machen. Es ist für die meisten wirklich eine starke Überwindung. Und ich gebe dir vollkommen recht, das ist auch sehr schwierig, wenn du nicht genau weißt, welche Sätze du das sagen musst, weil da natürlich der Ablehnungsgrad viel größer ist. Also du kriegst ja nur die ganze Ablehnung an der Tür, wenn du nicht gut im Verkaufen bist. Wenn du sehr gut im Verkaufen bist, ist die Ablehnung an der Tür fast null, weil du immer den Ton triffst, weil du immer die richtigen Worte wirklich wählst, weil du genau weißt, was du bei wem einfach sagen musst und dadurch schnell mit Leuten in der Lage bist, eine Ebene herzustellen, einen Bund herzustellen, sodass dich die andere Person einfach mag und als sympathisch empfindet. Wenn du jetzt schlecht ausgebildet wurdest, wenn du nicht die richtigen Pitches, die richtige Einwandbehandlung an die Hand bekommen hast, wenn du gar nicht weißt, wie ein guter Gesprächseinstieg funktioniert an der Tür, dann ist das höchst problematisch für dich als introvertierte Person, weil die Ablehnung, die du dann jeden Tag zu spüren bekommst, 100% mehr ist, wie als wenn du gut fährst. So, und das ist ja das, was dir auch Energie raubt. Das ist das, was dich müde macht am Ende des Tages. Der Extrovertierte unter Gruppen, der geht danach raus, hat mehr Energie. Der Introvertierte unter Gruppen hat danach weniger Energie. Der Introvertierte im Door-to-Door mit viel Ablehnung hat doppelt weniger Energie, weil er a. unter Menschen ist und b. dazu noch die ganze Zeit abgelehnt wird. Das bedeutet, es ist so ziemlich das Worst-Case-Szenario. Und die Erfahrung ist, dass introvertierte Leute, wenn sie falsch ausgebildet wurden, nach kurzer Zeit wieder aufhören mit dem Geschäft oder geistig komplett schon aufgegeben haben und das nur noch machen, weil sie das machen müssen, um ihre Fixkosten zu decken, aber überhaupt keinen Grad an Spaß mehr irgendwie an der Arbeit empfinden. Und ich sage dir, was dein Problem ist, warum das bei dir so ist. Der Grund ist, dass du selber nicht richtig beherrschst, wie du Kunden an der Tür überzeugst, wie du sie wirklich drehst, wie du Leute auf deine Seite einfach gewinnst, wie du die richtigen Argumente findest, wie du die Unterschriften ins Tablet einträgst, wie du den Kunden dazu bekommst, dass er den Stift nimmt und den Auftrag, den du ihm vorgelegt hast, unterschreibst. Das weißt du einfach nicht. Das liegt daran, dass du nicht richtig verkaufen kannst. Und wenn du nicht richtig verkaufen kannst, dann wirst du halt ständig abgelehnt. Und dann ist es logisch, dass du als Introvertierter massive Probleme an der Haustür einfach hast. Das bedeutet, die Lösung, wie du es löst, ist, dass du den Kern, die Ursache dessen einfach für ein Film allemal einfach aufhebst. Dass du, egal was du verkaufst, weiß ich ja jetzt gerade nicht, vielleicht verkaufst du Strom an der Tür, vielleicht bist du Glasfaserverkäufer, vielleicht Telekommunikation in der Regelvermarktung, vielleicht Bauelemente, Staubsauger, was auch immer. Für dein Produkt gibt es einen spezifischen Pitch, den wir kennen, weil wir mit allen Leuten bereits zusammengearbeitet haben und in jedem Bereich Dutzende Leute erfolgreich gemacht haben. Und den Pitch musst du halt einmal kennenlernen. Dann hebt dich die Ablehnung in erster Instanz schon mal komplett auf. So, dann wirst du Einwände von den Kunden zu hören bekommen. Die aus dem Bereich. Ja, je nachdem, was es ist. Die gängigsten sind keine Zeit, kein Interesse, kein Bock. Mein Mann, meine Frau macht das. Und dann musst du in der Lage sein, darauf richtig zu antworten, dass da die Ablehnung dir gegenüber fast null ist. So, und dann kommst du dadurch rein beim Kunden, gehst in den Smalltalk rein, nimmst den Vertrag mit ihm aus und so weiter und so fort und wirst dann an der Stelle auch nochmal stark abgelehnt werden, wenn du das Closing falsch machst. Wenn du die Leute nicht zur Unterschrift bekommst, das ist nämlich die schlimmste Situation für introvertierte Leute, drin zu sitzen, diesen Cringe-Moment zu haben, dass du nicht wirklich weiter weißt, der Kunde will jetzt nicht, du sagst irgendwas dazu, es klappt nicht richtig, du wirst rausgeworfen aus der Wohnung, das bedeutet, auch da ist ein hohes Potenzial für Ablehnung vorhanden, weswegen du richtig lernen musst, zu closen. So, und die Punkte, die ich dir gerade genannt habe, sorgen dafür, dass du als Introvertierter dich so wohlfühlst wie ein Extrovertierter an der Tür und maßgeblich erfolgreich werden kannst in diesem Geschäft. Viele Leute, die ich kenne, sind introvertiert. Und ich sag dir mal eine Sache an der Stelle, die du vielleicht nicht für möglich hältst. Ich bin grundsätzlich introvertiert. Ich habe eine extrovertierte Seite. Für die Tür, für Bühnen, für unter Menschen zu sein. Aber privat bin ich grundsätzlich introvertiert und auch gerne mal alleine. So, und trotzdem habe ich es gemeistert, das an der Tür wirklich sehr, sehr erfolgreich zu machen. Wahrscheinlich, wenn du dir, egal welche Videos von mir anguckst, glaubst du mir das nicht, dass ich introvertiert bin, sondern würdest du sagen, der ist 100% komplett extrovertiert. Liegt aber daran, dass du mich nicht privat kennst. Deswegen kann ich deine Probleme als Introvertierter sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Genauso haben wir aber Dutzende Leute, zum Beispiel ein Mädel, in den ersten sechs Monaten 820 Neukunden geschrieben, die wir ausgebildet haben, mit den Pitches, mit den Einwandbehandlungen, der Masterclass, die komplett introvertiert gewesen ist. Wir haben jetzt aktiv im Coaching Leute, die super schüchtern sind, super zurückhalten, aber an der Tür hier jeden Tag 5, 6, 7 Neukunden machen, nachdem sie von uns gelernt haben, wie es ging. Wo vor dem Coaching nur ein, zwei Verträge gingen und sie sich miserabel gefühlt haben und jetzt auf einmal 5, 6, 7 am Tag drin sind und sie sich super fühlen. Ziemlich logisch. Wie würdest du dich fühlen, wenn die Ablehnung an der Tür fast null ist und du dich so fühlst, wie als wärst du natürlich betrachtet extrovertiert. Und wenn du den Switch machen willst, von der Introvertiertheit zu Extrovertiertheit im Geschäft, nicht zwingend privat, dann trag dich einmal ein zum kostenlosen Erstgespräch über oder unter dem Video auf srs.de und wir zeigen dir genau, wie das Geschäft funktioniert und wie du es für dich so umsetzen kannst, dass du nicht nur viel Geld verdienst, sondern dich jeden einzelnen Tag extrem wohl fühlst an der Haustür.